Hallo zusammen, ich bin jetzt hier auf meinem Lieblingsplatz in Freiburg und zwar auf dem Feld. Zum Glück sitze ich nicht so oft auf der Bank. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich relativ viel bewege. Und Winchel, wie viel läufst du im Spiel? Während dem Spiel mache ich so ungefähr um die 12 Kilometer. Stark! Und wie lange braucht ihr, um 12 Kilometer zu laufen? Probiert es einfach aus. Ich bin gespannt und ganz viel Spaß!